Wir müssen überwinden, dass die einen einfach nur vollkommen dafür sind, wie ein Menschenrecht, da gibt es gar nichts drüber zu diskutieren und die anderen so dagegen wie halt wir Katholiken, da darf man nicht drüber diskutieren, das ist einfach absolutes Tabu. Sie sagt, wir brauchen ein offenes Gespräch, konstruktives Gespräch, weil sie macht die Erfahrung, wenn sie nicht sofort diese Entscheidung trifft, sondern den Frauen einfach mal mit auf den Weg gibt, mach dir mal Gedanken, wie das wäre, wenn du das Kind doch hättest. 80% von den Frauen, ohne dass man sie zu überreden versucht, wenn sie spüren diese Atmosphäre von angenommen sein, man versteht ihre Sorgen, man versteht ihre Probleme, auch Barmherzigkeit, öffnen sie sich und entscheiden sich für das Kind.